hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft ich habe ja was unglaubliches ich habe hier einfach mal einen stein gefunden und das sieht aus wie eine festung ich würde dass man einfach wissen was das ist und wir schauen jetzt einfach zusammen rein da ist ein monster hallo das sind das zu böse viecher oh mein gott die werfen anscheinend feuerwelle und es leckt gerade ein wenig sagen wir mal wieder zu hier so weiter geht's ich schaue jetzt einmal auf was ist das hier so wie ein stein so anscheinend geht es hier irgendwo lang ich bin ein bisschen kreativ ohne was ich schaue ach lava okay eine heilige lava ach du scheiße das ist riesig du willst kein tit eingeben das ist völlig random einfach gefunden worden das muss ich mir jetzt mal anfliegen und gucken naja es leckt gerade ein bisschen ich glaube einfach dass ich irgendwann genau zack weiter geht's nicht mit mir da war und eigentlich macht das ding kaputt das macht die nur sauer er ist auf jeden fall nicht schlecht aus ich frage mich was besser zu sagen dieser geheimen nether netter nether festungen sein glaube ich ja wir haben gerade einen gefunden ich werde die tage jetzt noch mal herausfinden ob es auch ein guten seed für gibt falls nicht werde ich diese welt zur verfügung stellen ich werde das auch noch machen wenn die anfrage groß ist wenn ihr diese welt haben wollt dann sagt mir das und ich werde euch die zur verfügung stellen dann könnt ihr euch das selber noch mal angucken ich schau jetzt mal ganz kurz hier naja sehr böse von dir Okay, ich sollte aufhören zu singen, oder zu summen, oder was weiß ich. Jetzt sind wir diese bösen Typen, die mich umbringen wollen. Ist hier eigentlich auch immer wie ein Lager, so ein Hauptquartier? Ne, scheinbar nicht. Ihr kam uns mal nach oben. Nein, 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 nein. Lass mich hier durch, ich will durch. So, hier sehen wir aus, dass wir von oben ein riesengroßer Komplex haben. Also ich würde sagen, ich laden diese Welt irgendwo hoch. Ihr könnt sie runterladen, und dann wünscht ihr euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Let's Play, bis dann, tschüss.